Namaskar Ardha Padmasana ist die Ehrerbietungshaltung im halben Lotus. Du hast einen Fuß unter dem Oberschenkel, den anderen Fuß auf dem Oberschenkel, gibst die Handflächen vom Brustkorb zusammen. Eine schöne Haltung, um deine Meditation einzuleiten, vielleicht auf einen Altar zu schauen oder auch auf ein schönes Foto oder auch, wenn du das in der freien Natur machst, in die Ferne schauen, dein Herz öffnen, um danach in die Meditation zu gehen.